Wir müssen doch, wir haben uns für diese Folge vorgenommen, dass wir einfach mal die Gefangenen befreien aus dem Gefängnis. Ja, warum machen wir das denn nicht? Ja, weil du so ein fieser, fieser Fettsack bist, der mich hier erstmal voll... Du hast mich mehrfach getötet. RASTE AUSGENAAA! Hier, komm, kein Ding. RASTE AUSGEN! Lena, es braucht da noch ein Flugzeug. Hast du die Chance, da dein zweites Flugzeug zu schnappen? Ich hoffe ja. Da ist noch wieder eins. Nein! Wieso Dana? Dana, du bist ein Arsch, Alter. Weißt du das? Du hast... Ne, 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 Dana. Sorry, aber sorry, ey. Das lass ich jetzt nicht... Die Statistiken sprechen gegen dich. Wir haben eine Zwei-Ein-Statisee. Wow! What the fuck? What the fuck? Hoppla. Willkommen, meine Damen und Herren! Wie lang ist es zu einer neuen Folge GTA Online? Wir sonnen uns im Sonnenlicht doch auf dem Boden... Oh, warte, nicht abschließen. Auf dem Boden sind vielleicht ein paar Menschen, die wir retten müssen und zwar Herr Bergmann und die Sturmwaffel. Guten Tag. Hallo! 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 Hallo Leute! Wo bist du denn? Bist du schon gelandet? Ich lande gleich, also wir wollen... Warte, warte, ich bin noch hier. Wir haben ja was vor in dieser Mission, äh, in dieser Folge hier. Ja, seid ihr denn da? Ja, wo bist du? Ja, ich lande hier! Wo landen wir? Ah, reden wir von zwei verschiedenen, äh... Ich lande auf der Landewahn! Der Bergmann, Bergmann, ich bin abgeschossen! Oh Gott, 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 der liebt das, der riecht auch. Oh, fantastisch! Das hat super funktioniert! Ja, Bergmann, Bergmann, komm runter, komm runter, komm runter einmal! Oh, das geht ja online, ja, so läuft das hier. Ey, rettet mich! Die haben zwei Flugzeuge, rettet mich, rettet mich, rettet mich, rettet mich! Warte, warte, warte. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was ist denn los hier bei euch? Warte mal, warte mal, ah, warte! Wollt ihr einsteigen jetzt wieder nicht? Ja, aber der Typ hat mich grad gekillt und das kriegt er zurück! Ey, ich bin in fünf Sekunden weg! Fünf, vier, nein, nein! Drei, drei, eins, eins... Mach's gut, Dena, viel Erfolg, ey! War nett mit dir! Hä, was ist? Wieso bist du denn schon wieder tot? Ja, aber ich wurde von der Polizei gekillt. Okay, wo bist du gespawnd? Dann holen wir uns wenigstens Flugzeuge, komm, das machen wir jetzt noch richtig. Flieg mal nach runter, flieg mal nach runter, lass... Ja, wir brauchen so ein Flugzeug, wo alle reinpassen, dass er auch cool ist! Ja, warte, jetzt wurde erstmal die Kiste da hinten gespawnt. Der scheiß Typ, alter! Der hat mich gekillt, ohne dass er es... ...hätte machen müssen, er hat einfach getan. Besorgst du den Flugzeug, Dena? Ja? Ja, okay, alles klar, dann hol dich nochmal kurz Waffen. Nee. Oder ist das sehr weit weg? Nein, na, guck auf die Karte! Nee, das ist direkt nah dran hier, kein Ding. Nee, warte. Ich bin auch bei dir, ne? Ich würde jetzt in so einem Battle zwischen uns bleiben. Okay. Ähm, vielleicht kann man ja schon mal kurze Radfahrze vorhaben. Warte, oh oh. Wir wollen nämlich mit dem Heli ganz hoch fliegen so, oder mit dem Flugzeug. Und dann... Wollen wir unbedingt mal gucken, was so im Gefängnis abgeht. Denn man munkelt im Gefängnis... Ach du Scheiße! Okay, das sind ja Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich bin abgehoben! Ja, jetzt mach raus. Boah, die schießen da schon wieder! Okay Freddy, das wird jetzt eine harte Number hier, ne? Wir müssen das jetzt schnell machen! Was macht ihr denn? Komm mal zu uns, Dena! Wo seid ihr? Komm mal zu uns! Wir sind... Guck auf die Karte! Wir sind hier bei der grünen Abwurfstelle der Kiste. Okay, ja, ich fick da hin. Ich hab zwei, zwei... Wir brauchen dringend Backup von dir! Wir brauchen dringend Backup! Kann man da landen? Ja, kann man landen. Mit einem Flugzeug? Ja, hier ist ein großer Acker, das passt. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Warte, wir brauchen noch welche, da hinten sind noch welche. Genau, einer auf dem Feldweg oder so. Ich weiß es nicht. Ich flieg zu euch. Ich bin vor allem recht tot wieder. Hast du noch irgendwo welche im Visier hier? Ja, einer ist noch da. Oh nein, ich bin tot! Einer ist noch da. Ihr müsst euch die Kiste holen, nämlich dass du sowas wie einen Raketenwerfer bekommst. So wie ich. Ja, 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 ja. Weil die coolen Kids haben sowas. Die coolen Kids. So, guck mal, meine Tür ist offen. Das ist voll... Juuu! Und das Flugzeug... Ach, hier! Hier kann man ja landen, ne? Genau! Hier ist das! Ja, da hinten auf dem Feldweg ist noch einer. Ja, dann landet doch mal hier. Äh, wow. Okay, los, 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 los. Oh Gott, 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 oh Gott. Beste Landung, die es gibt! Nein! Ey, was hast du dir jetzt geholt, Freddy? 2500 EP. Was? Penne ich. Du Penner, Alter! Nix, Alter, ich hab noch gar nichts... Jetzt kommt ihr her, bevor ich wieder getötet werde! Ey, ey! Ich hab dich nur kurz angetatscht, Alter. Und du machst direkt wieder... Du rastest wieder direkt völlig aus. Das ist komplett ernst. Ja, du kannst keinen angreifen, der so ein bisschen Probleme mit sich selbst hat. Ich weiß ja nicht mal, wer ich bin. Jetzt kommst du mir und steig ein, weil wir haben sonst gleich gefickt. Ja, 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 das ist aber nur ein Zweisitzer, Dena, wie soll... Nein, steig ein, das geht, glaub mir. Oh Gott. Ich bin gestolpert, Mann. Ich bin kurz gestolpert, kein Ding, Alter. Es ist, äh, es ist ja kein Problem. Steig ein, steig ein. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Bedankt für Rockstar. So. Und jetzt. Und jetzt. Der soll jetzt einfach mal, das einfach mal probieren, soll er das. Das macht's doch. Hier, komm, kein Ding. So. Nein! Mann! Verdammte Scheiße! Warum macht der so was? Oh. Ich glaub, da war noch ein anderes Flugzeug. Boah, so ein Spaßziel. Unglaublich. Warte, wir haben doch noch unseren Hubschrauber hier, oder? Ja, aber Hubschrauber ist uncool. Oh, aber seiner ist auch kaputt gegangen, Gott sei Dank. Da sind Spacken, ey. Ja. Oh Mann. Wo sind denn jetzt unsere Sachen? Hier war eigentlich noch ein Flugzeug, aber das ist nicht mehr da. Ja. Scheiße, war da nicht noch ein Heli? Ja, wir hatten noch ein Heli. Wo ist denn das? Ja, eben. Ja, müsst ihr mal ranschaffen hier. Meine Lieben. Ich war da mit nem Flugzeug. Dann wurden wir gek... Ey, wer schießen auf mich? Hör auf. Ich hol mir jetzt erstmal ein Auto. Oh ja, bitte hör auf. Bitte hör auf. Ey! Der Bergmann! Mann, Mann, Mann. Wo ist denn Bergmann überhaupt? Das ist so total ruhig gerade hier. Ja. Der Bergmann, ich hör dich nicht. Bergmann. Ja, ja. Ja, ja. Was machst du denn? Ja. Ja, ist ein Flugzeug gespawnt. Ist das in der Heli? Ne, ist ein Heli gespawnt. Ich dachte auch ein Flugzeug im Augenwinkel. Doch, da vorne ist eins. Ja, lass das doch alle nehmen. Ja, los, los, los. Oh Gott, Alter. Ich bin jetzt wieder so weit weggelaufen, weil ich dachte, unser Heli bleibt. Da kannst du trotzdem nicht einsteigen. Da kommt doch schon wieder hier der Gegner, oder nicht? Oder sind das unsere Homies? Das sind die Homies. Ey, was soll das denn? Was soll das denn? Ja, ich will fliegen. Weißt du was? Jetzt liege ich hier auf diesem Scheißding. Ich raste aus. Ich raste einfach aus. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Alles klar, alles klar. Alles klar. Komm, wir machen das. Wir stellen uns auf die Flügel. Wir machen das. Wir machen das wie die coolen Kids. Ich stelle mich jetzt ganz easy auf die Flügel, Alter. Bleib auf hier. Nein, du machst es nicht, Mann. Dann kommt es wieder fünf Stunden lang nicht. Oh. Dann steig mal weiter ein. Wir machen das. Wir machen das. Alles gut. Steig ein. Ja, ja. So, bitte los jetzt. Ja, ich mach das. Erst mal gucken, ob du noch einsteigst. Vorsicht, davon innen kommt jemand. Da kommt doch wieder ein Typ, Alter. Fahr einfach los jetzt. Flieg, flieg, flieg. Kannst du nicht einsteigen? Nee, ich mach das schon. Ich regle das. Nein! Ja, alles klar. Wir sehen uns, ne? Ey, scheiße. Nein! Oh! 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 Ah! Oh Mann, Alter. Was für eine komplette Eskalation, ey. Scheiße! Wir lassen doch den Cargo neben hier. Da können noch mehr rein, oder? Ja. Aber ich wollte ein schönes Flugzeug. Nein! Der Typ hat mich wohl die ganze Zeit gekillt. Das kriegt er zurück. Ha! So. Ich hoffe, er lernt daraus. Ich hab ja auch nen Bildungsauftrag. Ja. Ja. So hier. Ganz easy. Sind wir da jetzt beide drin hier? Wuh! Nicht, fünf Fallschirm. Oh oh. Oh oh. Ich bin ja auch wieder gekickt worden. Du bist schon wieder aus dem Spiel rausgekickt worden. Oh ja, ey. Ja, bitte schnell rein. Bitte schnell rein. Überall, hier explodiert doch alles. Weil hier einfach alle... Weißt du, das war eine komische Groupie-Sthene, Alter. Die hier einfach nicht stillhalten. Ihr Schlawiner, wirklich. Dauernd töten sie mich. Ja, ihr müsst mit uns spielen. Nicht gegen uns. Ja. So, guck mal hier, Colt-Bundschein. Oh. Das sah aber richtig gut aus, ey. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Flugzeug. Das kann man sich vielleicht holen. Ich möchte das jetzt aber machen mit dem Flugzeug. Aber ich werde... Warum hast du das gemacht? Ich flieg jetzt. Herr Bergmann, warum hast du mich getötet? Weil ich jetzt fliege. Und ich habe keinen Bock mehr, dass hier überall Leute auftauchen. Mich komisch von der Seite angucken. Ich raste wirklich aus. Ich schwör, ich laufe amok. Ich laufe amok. Warum machst du das denn? Weil ich jetzt mit dem Flugzeug wegfliegen will. Ich will einfach nur mit dem Flugzeug wegfliegen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herr Bergmann, aber das schließt doch nicht aus, dass ich lebe. Warum tötest du mich? Weil du wieder fliegen wolltest. Und du kannst nicht fliegen. Doch, das ist das Einzige, was ich kann sogar. Nee, ich bin jetzt weg. Und Goldmond scheint mit mir. Und wie sie jetzt alle... Lass mich alle in Ruhe. Wenn du mich jetzt rausschmeißt aus der Karre, ne? Ich schwöre dir. Ja, und alles explodiert. Leute, wo seid ihr denn? Ich komm hier. Ich bin irgendwo im Universum, Alter. Ich bin richtig gefangen im Nirvana gerade. Ey, das ist einfach ein einziges Chaos hier. Ich wollte ins Gefängnis, weißt du? Bruder Billy besuchen, ey. Jetzt... Dena spawnt da noch ein Flugzeug. Hast du die Chance, da ein zweites Flugzeug zu schnappen? Ich schaffe ja. Da ist doch wieder eins. Nein! Wieso Dena? Dena, du bist ein Arsch, Alter. Weißt du das? Oh, das war richtig gut. Links, was da steht. Zwei Dena. Einmal Bergmann. Du hast nämlich heute hier schon... Ich schwöre dir, Dena. Ich zerfetze dich jetzt. Jetzt wirst du den... Du wirst jetzt den Zorn, Alter, aller Bergmänner dieser Welt spüren. Wirklich. Okay. Knast, Alter. Ich bring dich ins Graf. Lass mal... Bitte, Folge. Ich fand das richtig gut. Das ist auch richtig gut, ey. Ich fand das richtig, richtig gut. Ich hab das richtig gefeiert. Und deswegen... Wo bist du denn, Dena? Lass mal mit... Okay, okay, Klippo. Freunde und alles. Wo bist du? Ich kille erst mal jemanden, der, äh, Kopfgericht hatte. Okay. Guck mal, jetzt holst du dir die fetten Moneten hier und alles, als wär nix los, ey. Als wär nix los. Ja, jetzt bin ich gestorben, es hat mir nix gebracht. Alter, ich kann gar nicht mehr mitspielen, ey. Euer Service ist noch vollkommenes Embargo, Alter. Ja, das ist eine Unterhaltung. Die Sturmwaffe kann nicht mitspielen. Dann gibt's die voll, vollkommene Unterhaltung hier. Ich kommentiere das Geschehen mental. Aber da hinten ist noch ein Flugzeug, aber ich glaub, das ist kaputt. Wir müssen doch... Wir haben uns für diese Folge vorgenommen, dass wir mit... Dass wir einfach mal die... Alle Gefangenen befreien aus dem Gefängnis. Ja, warum machen wir das denn nicht? Ja, weil du so'n, 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 so'n fieser, fieser Fettsack bist, Alter, der mich hier erstmal voll... Irgendwie, äh... Du hast mich mehrfach getötet. Nee, du hast... Nee, 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 nee. Sorry, aber... Aber sorry, ey. Das lass' ich jetzt nicht, äh... Die Statistiken sprechen gegen dich, ja. Wir haben eine Zwei-Einstatisierung. Wow! What the fuck? Was das denn? Hoppla. Ey, ich hab's voll verwechselt. Ich wollte eigentlich hochziehen, hab da nochmal runtergezogen, ey. Das war richtig eigenartig. Da muss Rockstar irgendwas bei den Einstellungen verpfuscht haben. Krassi, Alter! Was war das denn für ne Scheiße? Und ich war grad am Abheben und dann... Du wolltest es natürlich wieder real keepen, ne? Aufm Ground bleiben und so weiter. So, jetzt ist alles in Ordnung. Ich werd hier von irgendjemand abgeschossen. Warum auch immer. Warum? Warum? Wer, 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 wer? Remix. Jetzt hat's Remix auf mich abgesehen. Jeder hat's auf dich abgesehen. Du verärgerst alle. Ach, ich merk schon. Ich merk schon, ey. Aber wisst ihr... Das ist, äh... Nee, nee, nee. Jetzt ist's auch gegessen. Wieso schießen die ganzen Menschen da auf mich? Oha, aber jetzt können sie nicht mehr. Und ich bin aus der Schussreichweite aus. Ich fliege jetzt einfach zum anderen Flugplatz. Und dann konnte ich mir gar nichts mehr. Ich bin ja am Anfang zu euch gewogen, weil ich dich retten wollte. Und dann fing alles an mit dem Töten und so weiter. Warum weiß ich nicht? Na, weil komplett der Eskalation war. Heute ist das Independence Day. Gleich kommt Wasser und dann geht die Welt, oder? Und schon wieder bist du tot. Ich wäre so gerne tot, ey. Hier klappt gar nichts mehr. Und die Leute, ey. Die machen die ganzen... Ich bin jetzt alleine bei dem fucking Flugplatz hier. Ha! Ich bin komplett alleine hier. Ohne Sterne, ohne alles. Hey, hier kein, kein, kein Spawnkill, Alter. Kein Spawnkill, Bro. Alles gut. Bro, doch, doch. Das ist schon ganz cool eigentlich. Ich hab ein Flugzeug auf dem Dach. Auf dem Dach von dem scheiß Hangar hier. Wie ist das denn da hingekommen? Okay. Gelandet. Das hab ich gelandet. Das war so mein Phantomflug, den ich gerade gemacht habe. Achso, als letzte Reaktion vor dem Kick. Ja, so mein Ding. Weißt du? Phantomflug immer und dann land ich immer Flugzeuge auf der Herne. Deswegen nennen sie mich auch Starbo. Ich hab jetzt wieder ein Flugzeug. Ja, und ich hab jetzt, wenn alles gut läuft. Und das wird es garantiert nicht. Oh, ich bin ja so ein Optimist, ey. Deswegen sag ich jetzt einfach mal, alles wird gut laufen. Oh, ich werd abgeknallt. Bitte, lasst mich einfach, lasst mich einfach wegfliegen. Okay, Dina, ich hab's geschafft. Alles gut, Mann, ich hab's geschafft. Alles gut, alles gut. Kein Problem für den Bergmann. Wo bist du? Ja, ich bin beim Einlandflugplatz. Ja, okay. Von Trevor dem, ne? Mhm. Die sind beide von Trevor. Die sind's beide von Trevor. Ich glaub schon. Also so vergrößert. So ein bisschen Marker weiter. Expandiert, ey. Okay, ich bin jetzt bei dir. Was machen wir? Ähm. Ja, das, was wir eigentlich sowieso in dieser Folge machen wollten, vielleicht. Okay. Ich bleibe aber in meinem Helicopter, wenn du jetzt dagegen hast. Doch, da hab ich was gegen. Land und steig bei mir ein. Ja, du bist doch auch noch in der Luft. Komm, wir fliegen jetzt. Ey, komm, vorwärts jetzt, komm. Nein. Oh, das ist das gute Flugzeug. Ja komm, hier ist doch der Knast jetzt. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Hena. Das geht nicht. Hena. Das geht nicht. Hena. 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 Lande bei mir. Lande bei mir. Lande bei mir. Lande bei mir. Das weißt du, ne? Du bleibst bitte, wenn gleich zur Pause geläutet wird, bleibst du bitte noch einen Moment sitzen. Oh Herr Bergmann, ich hab gar nichts gemacht. Doch. Das klären wir gleich. Das klären wir jetzt nicht hier vor all den anderen Schülern, ja? Herr Bergmann. Hena. Steig schnell ein, sonst kommt der andere. Steig jetzt kurz ein. Das ist mein Entgegenkommen, ja? Aber ich erwarte auch ein komplettes Entgegenkommen von dir. Okay, erstmal müssen wir aufweisen, dass wir nicht gekillt werden von dem anderen da. Herr Bergmann, sie sind zu schwer. Ich kann nicht abheben. Ja, warte. Dann werde ich kurz Ballast abwerfen. Nein, keine Haftbomben. Geht eh nicht. Wollen wir uns einfach abspringen, oder was? Ich wette, ich hab gar keinen Fallschirm. Lande auf dem Boden, wie eine Flunder. Und dann ist die Frustration. Du hast kein Fallschirm? Ich weiß es nicht. Aber ich mach jetzt einfach mal YOLO-Mode. Okay, gut. Dann machen wir gleich YOLO-Mode. Alles klar. Also jetzt, das was wir eigentlich die ganze Folge machen wollten, machen wir einfach jetzt. Und zwar retten wir, ich war noch nie im Gefängnis, nicht im Singleplanigen Multiplayer. Jetzt retten wir die Gefangenen. Drei, zwei, eins. YOLO! Hast du einen Fallschirm? Ich hab einen Fallschirm, alles gut. Hast du schon gedingst? Ja. Okay, perfekt. Wohin gehen wir denn jetzt? Ich hab viel zu viele Sterne. Oh, und irgendwie, weiß ich nicht. Wo bist du denn? Da bist du. Lass sie auf dem mittleren Gebäude landen. Okay, okay. Das ist ne gute Idee. Oh Gott. Das schaffe ich ja nicht. Ohhhh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin tot. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin tot. Du bist schon tot? Nein, ich bin auch tot. Das war ja... Ich wollte die Menschen retten, aber sie haben es nicht zugelassen. Wir haben alles versucht. Wirklich alles. Aber die ganze Sabotage die ganze Zeit. Unglaublich. Ich glaub, das ist noch ne Nummer zu groß für uns, dieses Ding hier. Aber mal schauen, vielleicht... What? Ey! Was? Was? Die Polizei hat mich einfach umgefahren. Spastis. Das kriegen die zurück, das kriegen die zurück, das kriegen die zurück. Weg hier. Ich hab nichts gemacht. Oh! Oh! Wo kommt ihr denn her? Leute. Alles gut, alles gut. Na gut. Okay. Warte mal ganz kurz. Lass uns einmal kurz treffen, bitte. Ich bin hier am Rand. Aber ich glaub, das ist auf jeden Fall nur mal zu groß. Und wir haben schon so viel Scheiße in dieser Folge gebaut. Wir müssen noch mal gucken, ob wir in einer anderen Folge noch mal ernsthaft machen können. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir hier noch so für Challenges machen können mit dem Bergman. Und wenn er wieder mitspielt, auch mit der Sturmwaffe. Ansonsten schau doch bei denen vorbei. Die Kanäle sind unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Geht ihr online morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.